Ist ein bisschen was her tatsächlich, dass wir darauf reagiert haben. Ich such mal ganz kurz. Das ist vor sieben Monaten. Ah, nicht nur. Guck mal, vor fünf Monaten, vor sieben Monaten. 20 Künstler auf Drill, 11 Künstler auf Drill. Und jetzt ist tatsächlich wieder eine neue Runde. U18 Cypher mit neuen Künstlern. Ich habe Bock drauf. Das hat extrem Spaß gemacht letztes Mal. Wir haben hier die Künstler TG, MVP, YNG, Leiboy. Okay, gehen wir gleich darauf ein, wenn mir einer irgendwie auffällt oder so. Beat-Produzenten sind auch da drin. Mix & Master ist da drin. Ach, herrlich. Video ist da drin. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, welcher abreißt. Oh, ich liebe diese Formate. Okay. Drill. Hoffentlich reißen die ab, Alter. Bitte. Ich dachte am Anfang, der rappt Englisch. Ich dachte, das wäre jetzt UK. Ich bring dich zum Fall wie bei Jenga. Kennt ihr Jenga noch? Mit diesen Holzklötzen aufeinander. Wer als erstes das Ding zum Einkrachen bringt, der hat verloren. Nice. Okay, okay, warte mal. Ich finde seine Betonungen, finde ich geil, Alter. Also gerade seine Endbetonungen heftig. Ich weiß nicht, ob seine Stimme geil ist oder ob es geil abgemischt ist. Da müssen wir, glaube ich, erst die anderen hören, weil irgendwie das klingt super crispy. Richtig geil. Aber ich weiß nicht, ob es an seiner Stimme liegt oder einfach geil abgemischt ist. Oder vielleicht beides. Keine Ahnung. Ah, Junge. Das macht Spaß. Okay, bis jetzt muss ich sagen, bin ich Team-MVP. MVP bisher. Hat mir tatsächlich stimmlich und betonungsmäßig am besten gefallen. Ich meine, inhaltlich brauchen wir, glaube ich, gar nicht so krass irgendwie, äh, äh, ja, irgendwie, ne? Ach, Junge. Ach, was, MVP? Warte mal. Willst du mich verarschen? Bist du das? Bro, bist du das? Du bist doch schon, weiß ich nicht, wie lange hier. Ach, was? Wie geil, Mann. Ey, ey, definitiv. Ich bin immer noch Team-MVP. Ich bin immer noch Team-MVP. Wie witzig, Alter. Wobei ich sagen muss, ihn fand ich gerade auch sehr cool. Auch sehr cool, tatsächlich. Warte. Warte, 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 warte. Chill mal, chill mal. Warte mal, ist das jetzt der andere? Warte, 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 warte. Digga, sowas feier ich, Mann. Sowas macht richtig Spaß, wenn die so Pausen reinmachen mit Hall, irgendwelche Geräusche, Ziehgeräusche oder so. Sowas finde ich nice. Das macht Vibe aus, finde ich. Weil nur durchflown ist zwar auch eine coole Sache, aber ich finde, das ist so ein Style-Punkt irgendwie, finde ich. Okay. Ey, sind wir mal ehrlich, die beiden unterhalten ja heftig, oder? Also jetzt mal ernsthaft. Ah, warte, wer ist das jetzt? Wer ist das jetzt? Warte, den Namen konnte ich nicht lesen, Bro. Äh, YC und, äh, genau, genau. Oh, die beiden. Einfach zu schreiben, wenn er dich penetriert. Stöp-Rotdown-モnopinär. Einngelwittner, droh der Negro-Hanfi, der Flaschengefüll in übergange Qualität. Schick mir einen Link über Dropbox, Dropbox, die ich mach während dem Sloptop. Meine Niggas ein anderes Kaliber, weil du Bullets so wie C-Bot. Komm mit Kuto und bericht in deinem Buch. Denn im Magen hab ich nichts außer Hunger. Oh, du, wenn in der Kuto, der Ding nicht ruto. Wer ist das? Wer ist das hier? YC oder Kuto? Den finde ich ja auch mal wild, Alter. Bro! Bro, der erschrickt mich immer mit seiner tiefen Stimme, Mann. Was? Spiel mit den Kiddies wie mit Joystick? Was? Ich weiß ja, das klingt mir so ein bisschen irgendwie, ein bisschen zu gewollt. Spiel mit den... Das ist mir ein bisschen zu, das klingt mir zu gewollt. Ich weiß nicht, ob es gewollt ist oder nicht. Ach, Tiddies. Tiddies hat er gesagt. Okay, okay. Ähm, wild. Ey, das ist ja Unterhaltung pur hier, ne? Unterhaltung pur. Danke, Jungs, wirklich. Oh, Franzose. Oh, hättest du gerne länger Französisch machen können, tatsächlich, ne? Diablo Binks. Oh, der ist vocal gerade. Oh, der ist ja auch... Mhh... Du, brah, hab lieber Schamacken, doch ich, 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 kein Sprit, hau'n Hände davon. Run, run, run. Wieder Ganja, Mann. Hab mir die Ware nur noch. Badam, es ist die Tipi. Äh, Hunger muss mehr verdienen. Im SLS, Kickdown, Non-Street, Strike, Shoot, Break und die Kapitän. Brrrr, der Kaffer, machst du Film, Film, haf für Kindergarten, keine Zeit. Na. Ja. 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 Also stabil sind die alle, ehrlich gesagt. Also stabil sind die alle. Also keiner von denen ist irgendwie Off-Beats oder was weiß ich was. Also ich muss gerade sagen, rein vom Rap her bin ich immer noch MVP, hat mir am besten gefallen. Unterhaltung, muss ich sagen, dieser Y... Wie hieß der jetzt nochmal? YG oder YC? YC und Kuto. Die beiden haben mich, haben mich unglaublich unterhalten. Wo Alex gesagt hat, was er für ein Mikrofon hat, hat es so Werbung. Ah, ich hab das brauner Phantom Classic. Das ist mein Studiomikrofon. Totale Stimme. Okay, der gefällt mir auf diesem, jetzt bei der zweiten Hälfte, also ich sag mal ab hier am besten. 1300 Euro Mike, nee das kann nicht sein. Müsste eigentlich so um die zwei fast kosten. Eigentlich. Ha! Okay, Codry. Der hat ne geile Stimme. Ey, der hat so ne richtige UK Stimme, man. Ich fand bei dem einen, äh, den Einstieg, das klang, das klang ja so nach Englisch, ne? Ja, tatsächlich. Aber, äh, bei dem, der hat ja ne richtige Stimmfarge wie so ein UK-Mann. I never been Berlin! Wer ist das jetzt? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? War das NOG? Ist das jetzt schon Codry? Ach, wir sind jetzt schon bei Codry. Der kommt, was? Der kommt aus UK? Krass, das hat man rausgehört. Das hat man rausgehört. Heftig. Stark, okay, Hennock. Gassi, genau auf dein Handy, bin die number one, ich bin Deutschraffs, Lady, Many, Pissar sind draußen auf Hazy, 12, dein Arsch und dein nenn ich dich Baby. Puff, tuff, fick auf... W-w-w-was? Was, was? Deutschraffs, Lady, Many, Pissar sind draußen auf Hazy, 12, dein Arsch und dein nenn ich dich Baby. Puff, tuff, fick auf I'm just, Money, Make-up, bin noch hab wie Aschraff. Hass, lass, lauf, dein Kehl mit Hasch, hast du will ich eine Bissu wie Asch-Kash. Wir werden geboren, zu sterben, es ist wie es ist, smoke, es blick, bin ready to die. Dicka, das Echo, es ist so gut abgemischt, ne, wirklich jetzt. Props an alle Produzenten, die hier dran waren, Mann. Ey, hört mal bitte, hört mal bitte, das Delay, klingt so clean, halt, wow. Geil. Boah, das kennen wir sonst eher so von Kalim zum Beispiel. Kalim macht sowas ganz gerne, mit Bauer zusammen. Boah, ich will nicht sagen, aber der Klang für mich am besten abgemischt, weiß ich nicht. Wieso vom Ding her. Dutchman, ist er Holländer? Holländer, oder was? Das Vocal Sample ist geil, ne? Tootie was snadable, diamant, gay, gay, clay. Wir kommen von Dodo-Winko, finne Dutchman, not make his blood, get's feet like Wayne. Bin auf die Nike, ja nie viele play. Mein Echer, bochen, ich hochs in pain. Wo mir ne Menge verteilt, ist auf klein. Die Bähler, sie ist auch dabei. Ah, Junge, der Beat ist aber auch hart, ne? Choppel den Picks, ich komme rein, ist der Willi, den Snap. Ich drehe Knife, hab die Tinnis, bin auf ein Slash, aber alter, der Max. Ey, der hat die entspannteste Stimme, finde ich. Der hat bis jetzt die entspannteste Stimme. Äh, Nerd in the Dirt, gehen wir gleich rein. Okay, say one. Damit suche ich Texte schreiben, weil die Bisschen mich liebt, der hat meine in den Kopf gefickt. Heute muss ich die Texte schreiben, damit wirkt immer Vollzeit mit Tauwies auf Kanto. Schick, weißt alles, die am Joss. Kur'chara, du Wasser, mach mal mit Mannschaft. Jo, es ist gerade Bekommenschaft, die dich fickt, egal ob du Power und Angst hast. Ich schaff die mit den Hatt, die mich zu verstanden. Ja, dann ist die wie in meinen Kopf. Es geht um seine Freunde, werden Feinde. Und dann Ross, gib mir zu deinem Kopf. Ich schaff die mit den Hatt, die mich zu verstanden. Ja, ich schaff's, ich raus aus dem Block. Bring Musik mit den Scheinen. Boah, dieses Vocal, ne? Boah, das Vocal, ne? Oh! Okay, also ich glaube... Boah, schwierig gerade zu sagen, da muss ich sagen. Ei, ei, ei. Also ich glaube, MVP ist mir auf jeden Fall im Kopf geblieben. YC und Kuto als Unterhaltung pur. Ähm, Kodri hat mir auch sehr gut gefallen von seiner Stimmfarbe her. Ähm, Hanoch war das mit der entspannteren, tieferen Stimme, oder? Fand ich auch nice, fand ich nice. Cooles Ding, ey. Macht Spaß, in sowas reinzuhören, ernsthaft. Da ist für jeden was dabei. Also zumindest, wenn man Drillians weiter mag, ne? Coole Idee, Mann. Coole Idee. Props an die Produzenten. Oh! Oh. Oh. Oh! Oh. Bis zum nächsten Mal.